Glück auf Schalke und herzlich willkommen auf Schalke Insight zu den aktuellen S04 News. Mit einer Rückkehr löste ja Danny Latza bei den Fans von Schalke 04 Toas und Jubel aus, doch bislang will es für unseren Kapitän auf Schalke einfach noch nicht so richtig rundlaufen. Denn nach einer scheren Verletzung im ersten Spiel hat der Kapitän von Schalke weitere Empfindungsprobleme und schon bald könnte damit auch Trainer Dimitros Gramozis ein kleines Dilemma drohen. Vom Schiezer Glück will nach dem Skandal von Bremen bei MSS 04 verständlicherweise niemand was hören, doch schon weit vor der Aufreger-Szene hatten auch die Knappen. Wir haben so ein wenig Dusel über Latza wie auch über Palsons einsteigen, wurde ja durchaus diskutiert, obwohl ich fand, beides war dunkelgelb nicht mehr, nicht weniger. Aber diese erfolglose Grätsche von Danny Latza war einfach auch wie ein Sinnbild der bisherigen S04-Zeit des Rückkehrers. Latza kniet sich zwar extrem rein, bleibt aber unglücklich und meistens auch blass. In Bremen konnte er erneut nicht überzeugen, wurde nach 78 Minuten ausgewechselt. Wie schon gegen Darmstadt und auch beim Pokalhaus in München blieb er hinter den Erwartungen zurück. Und für Gramozis könnte das über kurz oder lang auch dann wieder zum eigenen Problem werden, denn erst kürzlich sprach er Latza eine Einheitsgarantie aus. Er ist unser Kapitän, auf dem Platz eine wichtige Persönlichkeit. Wenn er für 60 bis 70 Minuten fit ist, dann spielt er bei mir, hatte der Trainer des FC Schalke 04 im Rahmen des Darmstadt-Spiels deutlich gesagt. Und mit Rodrigo Salazar, der seinen Stammplatz an Latza abgeben musste, scheint ein Konkurrent der extrem mit den Hufen und bleibt die Leistungssteigerung bei Latza aus, könnte Gramozis schon bald zu einem Wortbruch gezwungen sein. Denn bei Schalke stehen ja nun nach dem Remis in Bremen die Wochen der Wahrheit an. Gegen Sandhausen muss eigentlich ein Sieg her. Anschließend warten mit St. Pauli, Nürnberg und dem Hamburger SV. Bis Jahresende noch drei Schwergewichte auf uns Königsblaue. Ich meine, einerseits kann man Gramozis Aussage von damals verstehen. Ich habe ja auch darüber schon gesprochen, aber ich fand es einfach unnötig, sowas auszusprechen, weil einfach nur weil er Kapitän ist, dass keine Garantie ist, dass er auch spielt, wenn er fit ist. Weil natürlich muss die Leistung da sein. Und wenn ein Salazar dem Spiel mehr gibt als ein Latza, dann muss ein Salazar auch einfach spielen. Und ich bin gespannt, wie lange Latza noch die Chancen bekommt. Ich bin immer noch ein Riesenfan von den Latza, aber ich bin noch der klare Mann. Er braucht einfach noch die nächsten wahrscheinlich wirklich vier Spiele bis Weihnachten, um hier auf dem Top-Level zu sein. Und das sind vielleicht auch Spiele, wo man ihn dann vielleicht nur von der Bank bringt, weil er im Salazar aktuell einfach mehr bringt. Eure Meinung dazu gerne in die Kommentare. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht's gut, ciao und Glück auf an alle Schalker.